Ich tue da mal weg. Scheiße. Ich habe es jetzt gleich gehabt. Ich spüre sie. Nicht jetzt. Sie waren das. Ganz sicher. Der ist auch noch hier. Sie sind wohl nicht hier. Wir haben ungebildene Gäste. Das müssen diese verdammten Halunken sein. Was? Wie? Ich war doch im Busch. Ey, ich war im Busch. Ey, ich war im Busch. Seit wann können die mich im Busch sehen? Seit wann können die mich im Busch sehen, Alter? Das ist doch nicht wahr. Ich renne hier einfach mal durch. Ich kann das verlieren, kann ich es auch nicht. Ach was, wir wurden entdeckt. Safe. Safe point. Es tut so weh. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Nein. Wir gehen weit weg. Ich beschütze dich. Wir gehen zusammen auf die Insel. Ja, wir müssen hier raus. Wir müssen hier behaupten. Wir müssen sich leise bewegen. Wir werden von Gegner nicht so schnell bemerkt. Ich tue alles, was ich kann. Du schaffst das schon. Bald sind wir auf dem Meer. Durchrennen ist halt manchmal doch eine Lösung. Ja, bald. Es stinkt so sehr. Lauter Tote. Sehr gut. Ja. Nein. Nein. Stürb nicht. Mir ist. Schwindelig. Nein. Nicht einschlafen. Bitte. Wach auf. Bitte. Was? Nein, nein. Sie kommen. Amicia, beweg dich. Amicia. Wach auf. Ah, wir sind hier, Amicia. Du musst aufwachen. Was soll der ganze Krach? Mir nach. Oh nein. Shit. Soldaten. Nein, nein. Amicia, wach auf. Sie sind auch hier. Nein. Sie sehen uns. Was soll ich tun? Ah, Amicia. Ah. Äh. Sohn und Viya. Sie bewegen. Richtung Punkt eben. Ich will die Ratten bestören. 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 Oh nein. Oh no. Die Kuh gedrückt. Warte, was ist los? Was ist los? So, geschafft. Was war das? Hast du wirklich... Ja, kannst du aufstehen? Ich muss... Aber ein interessantes Mal spiegeln. Hast du sie wirklich beherrscht? Ja, ich darf sie benutzen. Na gut, dann gehen wir erst mal weiter. Wo sie sich ausholen können. So, jetzt muss ich hier wieder... Na fantastisch. Ich glaube, kam es nicht. So, jetzt muss ich nicht beherrscht. Oh, ich muss nicht beherrscht. Oh, ich muss das mal hin. Oh, ich muss das mal hin. muss ich insgesamt hier mal verschwinden nee, das bringt nichts ok, wie stellen wir das an ich muss ein bisschen Teer werfen oh, den Topf habe ich nicht dabei jetzt hier irgendwo einen Topf das Spiel wäre deswegen mit Töpfen durchgegeben, muss das auch irgendwo einen Topf geben cool ja 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 naja, das war so klar oh, 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 oh ich wollte zu viel ich wollte zu viel ich wollte zu viel wie fühlst du dich? ich kann sie immer noch in meinem Kopf hören hast du sie wie früher kontrolliert? nicht wie früher dieses Mal war ich in ihren Köpfen sei vorsichtig sie dürfen dich nicht verherrschen die Makula will dich einnehmen, deine Emotionen aufsaugen du musst sehr vorsichtig sein bin ich wie viel hier ich hier 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 ich Wohl nicht. Das hat ja weh gebracht. Na toll, jetzt haben wir sie zu uns gedankt. Fantastisch. Und jetzt? Tja, da schaffen wir es für eine Sekunde durch. Ich weiß nicht, aber ich verstehe noch nicht ganz. Das haben wir jetzt noch nicht. Das ist ein Erfix, da. Wie fühlst du dich? Ich kann sie immer noch in meinem Kopf hören. Hast du sie wie früher kontrolliert? Nicht wie früher. Dieses Mal war ich in ihren Köpfen. Sei vorsichtig. Sie dürfen dich nicht beherrschen. Die Makula will dich einnehmen. Deine Emotionen auslaufen. Du musst sehr vorsichtig sein. Bin ich. Ich weiß nicht, wie lange das hier fehlt. Na komm. Mir ist kalt. Ich muss mich schneller bewegen. Ja. Das hält dich wahr. Okay, das hätten wir. Meine Güte. Dieser Ort ist so groß. Wie sollen wir... Wir schaffen das. Stirb bitte nicht. Noch nicht. Amicia, da verstecken sich Ratten in den Becken. Vielleicht kannst du sie rauslocken. Jetzt wird es schlimmer als die. Soldaten, Ratten, Vorsicht. Ich pass auf dich auf. Na los. Benutz sie. Ja. Ich bring uns da durch. Wir wissen noch nicht, wie man es in ihrer Backen herrscht. Mann am Boden. Ah! Nein! Nein! Das ist großartig. Ganz ruhig. Konzentriert etwas. Oh, Licht. Scheiße Mann. Licht. Dreck. Oh, Dreck sitzen. Nein! Du kommst nicht los! Wir herrschen dich. Du musst die Kontrolle über sie behalten. Nein, du musst Runders aufs Schatten. Ist doch zu weit weg hier, oder? Da kommen sie nicht hoch, oder? Wo sie gewagt hat zu mir. Ob irgendwo das Haus hält? Wir können dem Licht umgehen. Lassen wir es selbst machen. Hm, hier geht's. Mit Polzen können wir aber noch nicht herstellen. Aber ein Topf. Ganz langsam. Schon dabei. Oha, wir werden entdeckt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Jetzt hoffe er es gehört hat. Er ist tot. Vorsicht! Was sind die Ratten? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wann können wir die Ratten gar nicht steuern? Das ist dumm. Oh oh. Eine Hütte. Scheiße. Hier ist nichts. Jetzt haben wir Zugriff auf Wacken. Ich bleibe hier. Ob es mir gefällt oder nicht. Ich habe doch hier eine Bande Wacken hingeschickt. Scheinbar nicht. Hier ist doch keiner mehr. Von den Stücken vielleicht. Irgendwann. Nee, scheinbar nicht. Amicia. Die Ratten rufen. Sie mögen es, wenn ich sie benutze. Genau deswegen. Musst du aufpassen. Ach du Scheiße. Er hat uns doch gleich. Ach du Scheiße. Er hat uns doch gleich. Dann kriege ich wieder oben. Ich hoffe wir müssen hier oben. Der Scharfschutz zieht uns. Was war das? Oh, hier ist nichts. Bleib weg. Wir haben Opfer. Sucht alles ab. Wir haben hier Unruhestifter. Augen auf Männer. Oh no. Hä? Sucht nach Eindring. Hä? Ihr versteckt sich jemand. Das Rüben seid ihr Alter. Sucht alles ab. Oh nein. Ihr schleift jemand rum. Sagt Bescheid, wenn ihr was seht. Sie haben uns nicht. Ach doch, sie haben uns. Verdammt. Scheiße. Den kann ich doch mit dem Stein wieder. Ich weiß nicht, ob das noch klappt. Tür. Wir haben es wirklich geschafft. Ach du Scheiße. Spürt den Biss des Bissens. Muss er lesbieren. Nein. Ihr sitzt in der Falle. Ihr gehört. Schwachstellen. Amizia hat eine Wunde. Mir egal. Ich beende es. Das Kind knöpfe ich mir auch vor. Wir haben hier schon genug Unklappt. Wir haben hier schon genug Unklappt. Bleib bei mir, Ugo. Für euch keine Schlecken. Ach du Scheiße. Das wäre so ein Bond-Hit-Gegner. Wo wir seine Wunde stehen. Auf dem Rücken dann wahrscheinlich wieder so eine Festigungssache. Hier seid ihr. Euren Widerstand bezahlen. Spürt den Wissen des Bissens. Die Fässer, das heißt wir können. Was? Nein. Haha. Ihr sitzt in der Falle. Ihr gehört mir. Könnten wir können hin und die Wände. Amizia hat eine Wunde. Mir egal. Ich beende es. Das Kind knöpfe ich mir auch vor. Ja. Verdammte Hetze. Ich zerbreche dir den Schädel. Sieh dich an. Amizia, dein Rücken. Ja. Ich sehe es. Das war einfach. Amizia. Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Mir geht's gut. Gehen wir. Amizia. Amizia. Es blutet so sehr. Oh nein. Es blutet so sehr. Da, da sind sie. Sie kam. Ich kann nicht. Du musst dich allein drum kümmern. Ganz sicher. Tu es! Schnell! Geht weg! Das reicht! Beherrsch dich, Ugo! Das ist dein Ende! Aufhören! Das findet ich euch alle! Ich hab's schon mal getan! Was machen die Ratten? Tötet sie! Sie beschützen sie! Ihr seid alle gleich! Ihr Monster! Ruhm! Komm! Dann gehst du die Kontrolle! Was macht ihr da? Tötet ihn denn und lasst ihn nicht ableben! Komm, Ruhm! Ich fresse dich! Oha! Scheiße, 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 Scheiße! Oha! Scheiße, 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 Scheiße! Hör damit auf, Ugo! Geh frei! Du, 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 du! Ugo! Du verlierst die Kontrolle! Ugo? Ugo! Was ist los? Was ist los? Was ist los? Oh, scheiße! Oh, scheiße! Ugo! Nein! Oh, nein! Oh, Gott, Gott! Ich geh grad nicht dran! Ich kann nur langsam rennen. Oh Gott. So knapp. Schleischrenner. Oh nein. Amicia, komm. Bitte was? Ich habe eine Siebenverbrechung. Amicia ist tot oder was? Was wollte er mir hier sagen? Du bist wach. Er hat dich gerettet. Er sagt, er bringt dich zur Insel. Er weiß, wo sie ist und sie heißt Lacuna. Warte. Er besorgt uns ein Boot. Nein. Amicia. Amicia. Zuhause hatten wir einen Hund, aber ich habe ihn nicht oft gesehen. Weil du nicht rauskontest? Ja. Ich stellte mir vor, wie wir spielen. Ah. Verstehe. Wir sind da. Wo ist das Boot? Wo ist es? Ich hoffe, es ist groß. Es ist nicht weit. Ich lasse die Pferde frei. Den Rest des Weges gehen wir zu Fuß. Möwen. Nein. Darf ich das ansehen? Bitte. Hab noch etwas Geduld. Gut. Das wird schon... Hoffentlich. Lass Luft ran. Das wird schon wieder ganz gut. Das wird noch eine Weile wehtun. Atme und bleib ruhig. Lass mich doch bloß in Ruhe. Hör doch auf, so tapfer zu tun. Du könntest noch was lernen. Gut. Ist das nicht... Ist das nicht Erde? Ja, der... Ich könnte dich doch den Ratten einfach zum Fraß vorwerfen. Der Graf führt Krieg gegen uns. Den Abschaum der Provence. Die meisten meiner Männer, meiner Freunde, wurden getötet. Oder sie flohen. Irgendwann werden sie auch mich erwischen. Du bist also auf der Flucht? Ja. Sieht schlecht aus, aber du hast was Besonderes. Ratten. Für einen gesuchten Mann der sicherste Weg aus der Misere. Ich weiß, wo eure Insel liegt. Ihr müsst mich nur am Leben halten, bis wir sie erreichen. Amicia, schnell! Das musst du sehen! Ich komme! Spiel bloß keine Spielchen. Das hier erinnert mich daran, dass ich dich töten sollte. Ich bin verwirrt von den Symbolen, die er da in der Kette hat. Ist das nicht? Ist das ein Torshammer-Symbol? Und daneben ein Kreuz? Und? Was hast du gefunden? Riechst du das nicht? Ich rieche Pferde und uh, stink ich so? Nein! Er fängt nach Seltan! Na komm! Warte, wir müssen reden! Nicht jetzt! Das Meer ist gleich dort! Hugo! Es ist wichtig! Es ist wichtig! Es ist wichtig! Vielen Dank.